Bereit für eine Explosion der Aromen, die dein Morgenritual komplett verändert? In diesem Video gehen wir auf die Suche nach den 5 besten Kaffeevollautomaten, die nicht nur vollmundigen Kaffee, sondern auch pures Genusserlebnis versprechen. Nicht jeder Kaffeevollautomat ist für alle ideal, da der Geschmack und die Bedürfnisse so individuell sind wie du. Deswegen haben wir bei unserer Auswahl unterschiedlichste Geräte von Einsteigermodellen bis zum Profi-Kaffeevollautomaten berücksichtigt. Egal, ob du auf der Suche nach dem perfekten Cappuccino, einem starken Espresso oder einem vollmundigen Latte Macchiato bist, hier findest du deine Genussmaschine. Dranbleiben lohnt sich, denn am Ende gibt es noch einen exklusiven Geheimtipp für den perfekten Kaffee. Mach dich bereit, in eine heiße, duftende und unwiderstehlich leckere Welt einzutauchen. Let's brühen es! Du willst mehr über die Kaffeevollautomaten erfahren oder dir sogar gleich einen zulegen? Kein Problem! In der Videobeschreibung haben wir Links zu allen Produkten, damit du dich weiter informieren oder direkt zuschlagen kannst. Und hey, wenn dir unsere Inhalte gefallen, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Es unterstützt uns enorm dabei, weiterhin solche Videos für dich zu erstellen. Worauf sollte man bei der Auswahl eines Kaffeeautomaten achten? Zunächst einmal ist es wichtig zu bedenken, dass der perfekte Kaffeevollautomat vom individuellen Geschmack und den persönlichen Vorlieben abhängt. Allerdings gibt es einige allgemeine Punkte, die du bei deiner Kaufentscheidung berücksichtigen solltest. Die Qualität des Kaffees Der wichtigste Punkt ist natürlich der Geschmack des Kaffees. Beachte hierbei die verschiedenen Brüh- und Mahlverfahren des Gerätes. Einige Modelle verfügen über mehrere Mahlstufen, um die perfekte Feinheit des Kaffeepulvers zu gewährleisten. Einfache Bedienung Dein Kaffeevollautomat sollte einfach zu bedienen und zu warten sein. Ein einfacher Reinigungsvorgang, klare Anweisungen und eine intuitiv zu bedienende Oberfläche können dir viel Zeit und Ärger ersparen. Größe und Design Der Automat sollte in deine Küche passen. Achte auf die Abmessungen des Gerätes und ob es zu deinem Küchendesign passt. Preisleistungsverhältnis Kaffeevollautomaten können sehr unterschiedliche Preisspannen haben. Beachte hier, dass teurere Modelle oft langlebiger sind und eine bessere Kaffeequalität liefern. Energiesparend Da Kaffeevollautomaten oftmals einen hohen Energieverbrauch haben, kann es sich lohnen, auf ein Modell mit einer guten Energieeffizienzklasse zu achten. Wenn du all diese Punkte berücksichtigst, wirst du sicher einen Kaffeevollautomaten finden, der perfekt zu dir und deinen Bedürfnissen passt. Und denke daran, der beste Kaffee ist immer der, der dir am besten schmeckt. Der erste Stopp auf unserer Kaffee-Tour. Die DeLonghi Magnifica SE Cam 1112B. Ein Kaffeevollautomat, der mit seinem Namen bereits hohe Erwartungen weckt. Bezahlt haben wir für dieses schwarze Schönheit rund 300 Euro. Ist es der Preis wert? Ja, absolut. Denn DeLonghi ist bekannt für Qualität und dieses Model macht keine Ausnahme. Doch was genau macht die Magnifica SE Cam 1112B so besonders? Sie bietet eine breite Palette an intensivaromatischen Kaffeespezialitäten und zaubert sogar deinen persönlichen Lieblingskaffee auf Knopfdruck. Schon das hochwertige Mahlwerk sticht hervor. Es wurde zur höchsten Präzision getestet und kalibriert, um für eine perfekte Espressozubereitung zu sorgen. Nun, du denkst vielleicht, hat das jede andere Maschine nicht auch? Was diesen Kaffeevollautomaten wirklich von der Masse abhebt, ist die innovative Brüheinheit für Mahlgut von einer oder zwei Tassen. Es bietet ein automatisches Tampern für ein gleichmäßiges Ergebnis und die DeLonghi-typische Milchaufschäumdüse, mit der du ganz nach Belieben deinen Cappuccino kreieren kannst. Der Clou? Du wirst zum eigenen Barista und das, ohne das Haus zu verlassen. Pluspunkt ist außerdem die 2x1-Tasten-Rezepte-Funktion für Espresso, Dopio und viele weitere manuelle Milchgetränke. Das macht die Zubereitung deines Lieblingskaffeegetränks super einfach. Wie immer gibt es auch hier Verbesserungspotenziale. Einige Nutzer erwähnen, dass das Gerät relativ laut ist und die Brüheinheit etwas schwierig zu reinigen ist. Aber BI einer so hohen Bewertung von 4,5 von 5 Sternen sind das Punkte, die die meisten Nutzer anscheinend nicht stören. Alles in allem liefert DeLonghi mit der Magnifica S-Ecam 1112b eine solide Performance ab, die für einen gelungenen Start in den Tag sorgt und jeden Kaffeeliebhaber begeistern dürfte. Das tut sie auch mit uns, weshalb es eindeutig ein Daumen hoch für dieses Gerät gibt. Bring deinen inneren Barista zum Vorschein und lass den Kaffee fließen. Die Fahrt auf unserer Kaffee-Tour führt uns nun zu einem weiteren Spieler auf dem Feld. Begrüßt mit mir den Philips Series 2200 Kaffeevollautomaten. Mit mattschwarz als Farbwahl und einem intuitiven Touch-Display strahlt dieses Modell eine elegante Funktionalität aus. Doch kann es auch in der Praxis überzeugen? Für rund 315 Euro und 96 Cent bekommt man einen Kaffeevollautomaten, der sagt, ich stehe bereit, um dir leckere Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen im Handumdrehen zu zaubern. Mit einem Mahlwerk aus 100% Keramik und zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten für Mahlgrad, Intensität, Kaffeemenge und Temperatur verspricht Philips uns echte Individualität. Was die Philips Moster 2200 von der Konkurrenz abhebt, ist die AquaClean-Technologie, mit der du deinen Vollautomaten weniger oft entkalken musst. Darüber hinaus hat das Gerät eine Aroma-Seal-Funktion, die die Aromen der Kaffeebohnen bewahrt, auch wenn sie schon länger in der Maschine sind. Doch nicht alle Nutzer sind völlig begeistert. Einige Reviewer vermissen BE diesem Modell das wirklich kräftige Aroma, das sie bei anderen Kaffeemaschinen erlebt haben. Eine weitere Kritik betrifft den Wassertank, der laut Meinung einiger Nutzer relativ klein gestaltet ist und daher oft aufgefüllt werden muss. Zu bemängeln ist auch das Design des Mahlwerks. Es befindet sich nicht zentral, wodurch die Bohnen nicht immer ideal zum Nachrutschen kommen. Das kann dazu führen, dass man den Deckel abnehmen und nachhelfen muss. Auch die Lautstärke beim Mahlen und Kaffeezubereiten ist ein Aspekt, der bei einigen Nutzern auf Kritik stößt. Trotz dieser wenigen Schwächen hält der Philips Series 2200 Kaffeevollautomaten immer noch eine solide Bewertung von 4,4 von 5 Sternen. Und das aus gutem Grund. Alle Funktionen sind intuitiv bedienbar und die Reinigung ist laut Nutzermeinung vergleichbar mit anderen Vollautomaten. Um es zusammenzufassen. Mit dem Philips Series 2200 Kaffeevollautomaten bekommst du ein elegantes und funktionales Gerät, das eine gute Kaffeevielfalt bietet. Die kleinen Makel halten uns nicht davon ab, mit Daumen nach oben in die nächste Runde unserer Kaffee-Tour einzusteigen. Wir fahren in unserer Kaffee-Tour weiter und streifen nun durch das Land der High-End-Kaffeemaschinen. Um genau zu sein, machen wir eine Rast bei der Philips Series 5400 Kaffeevollautomat oder auch Latte-Go-Milchsystem aus der Philips-Küche. Mit einem schicken Schwarz und einer umfangreichen Liste an Funktionen bepreist Philips dieses Modell mit rund 670 Euro energetisch. Strahlt diese Maschine dabei nur von außen oder wartet sie mit einer ausgezeichneten Kaffeezubereitung auf? Finden wir es heraus. Die Maschine ist eindeutig für diejenigen gedacht, die morgen für morgen in der Küche stehen und sich sagen, ich brauche meinen Kaffee und ich brauche ihn genauso, wie ich ihn mag. Mit 12 Kaffeespezialitäten von Espresso bis Cappuccino, Extrashot-Funktion für intensiveren Geschmack und einer personalisierbaren Speicherfunktion für bis zu vier Personen präsentiert sich der Philips Series 5400 Kaffeevollautomat als ein echter Individualist. Besonders hervorzuheben ist das Latte-Go-System. Es verspricht samtig cremigen Milchschaum und besteht aus zwei spülmaschinenfesten Teilen, was die Reinigung erheblich erleichtert. Thomas, ein Kunde, der die Maschine seit einigen Monaten besitzt, sagt, der Milchschaum ist sehr gut. Ergänzend dazu liefert auch der Kaufender Silber eine außerordentliche Rückmeldung. Der Philips Series 5400 bietet einen benutzerfreundlichen Touchscreen, perfekten Milchschaum auf Knopfdruck und eine optionale Aroma-Auswahl. Selbstverständlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Bei den negativen Aspekten des Philips Series 5400 Kaffeevollautomaten taucht ebenfalls etwas auf. Thomas kritisierte das Fehlen einer ganz robusten Crema und bemängelte die unsichere Einrastfunktion der Brühgruppe nach dem Reinigen. Trotz dieser Knackpunkte hat das Modell eine starke Kundenbewertung von 4,6 von 5 Sternen. Hochwertige Funktionen, leichte Bedienbarkeit und effiziente Reinigung sind nur einige der Gründe, weshalb Kaffeeliebhaber dieser Maschine treu bleiben. Ein weiterer Pluspunkt ist die integrierte Anleitung, die Kunden anscheinend dabei hilft, das Beste aus der Maschine herauszuholen. Zusammenfassend lässt sich sagen, der Philips Series 5400 Kaffeevollautomat hat seinen Preis, bietet dafür aber auch ein breites Spektrum an Kaffeespezialitäten und Individualisierungsmöglichkeiten. Die geringfügigen Schwachstellungen können durch die weitgehend hervorragenden Nutzerbewertungen ausgeglichen werden. Alles in allem eine lukrative Station auf unserer Kaffee-Tour. Kaffee-Liebhaber steigt ein. Nächste Station erfrischender Kaffee-Genuss. Unsere Kaffee-Tour führt uns weiterhin zur nächsten Maschine. Dem Krups Essential EA 18 0870 Kaffeevollautomat. Mit einem Preis von rund 324 Euro ist dieser Vollautomat im Mittelklasse-Segment angesiedelt und verspricht Premium-Kaffee-Genuss im kompakten Schwarz-Design direkt zu Hause. Aber hält der EA 18 0870, was er verspricht? Lass uns zusammen einen Blick darauf werfen. Der Krups besitzt einige herausragende Merkmale, die in der Branche Respekt verdienen. Herzstück des Essential EA 18 0870 ist das patentierte Compact Thermoblock-System kombiniert mit einem hochwertigen Metallkegelmalwerk. Damit soll ein stets warmer und aromatischer Kaffee garantiert sein. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der personalisierten Einstellung. Von der Kaffeemenge über die Temperatur bis zur Kaffeestärke lässt sich alles nach eigenem Gusto anpassen. Eine integrierte Milchdüse sorgt außerdem für Schaumfreunde, die ihren Cappuccino mit einer Extraportion Milchschaum kreieren wollen. Die Kundenbewertung für den EA 18 0870 liegt bei ansehnlichen 4,4 von 5 Sternen. Kaffee-Enthusiast Mario spricht sogar von dem besten Vollautomat, den man für Geld bekommen kann. Kunden loben unter anderem die Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten und die Einfachheit in der Reinigung und Bedienung. Während Mario die Maschine sogar zweimal gekauft hat, weil sie schlicht ihren Dienst verrichtet und ihm so ein geniales Geschmackserlebnis liefert, schätzt Kunde Nikarus 2013 die günstige Alternative zu herkömmlichen Siebträgermaschinen. Stoßen wir jedoch auch auf einige Kritikpunkte? Tatsächlich finden wir einige Anmerkungen bezüglich der Espresso-Zubereitung. Es wird darauf hingewiesen, dass ein zu grober Mahlgrad oder eine unzureichende Kaffee- und Wassermenge zu einem unzureichenden Druck beim Aufguss führen können. So könnte es sein, dass Espressoliebhaber anfangs etwas herumtüfteln müssen, bis sie das perfekte Aroma erhalten. Aber keine Sorge, mit etwas Geduld und Übung gelingt das auf jeden Fall. Insgesamt ist der Krups Essential EE 180870 ein zuverlässiger, kompakter Kaffee-Vollautomat, der dir genau das gibt, was du brauchst. Schmackhaften, heißen Kaffee ganz nach deinem Geschmack. Er zieht seine Stärken aus der Individualisierung und der einfachen Bedienung und Reinigung. Ob in der Terrasse im Sommer oder im Büroalltag, diese Maschine scheint eine runde Sache zu sein. Diese Kaffeestation könnte auf deiner Kaffee-Tour dein nächster Stop sein. Legen wir los und probieren den nächsten Kaffee in der Runde. Nächste Station, Kinder, steigt ein. Wo unsere Kaffee-Tour hingehen wird, ist noch eine Überraschung. So viel sei verraten. Es erwartet euch ein weiterer, sternstarker Kaffee-Vollautomat. Erster Platz. DeLonghi, Magnifica, SSECAM, 1711,112b, der DeLonghi. Magnifica steht auf Platz 1, da er ein vielseitiger Kaffee-Vollautomat ist, der sowohl Kaffee-Liebhaber als auch Milch-Schaum-Enthusiasten begeistern kann. Besonders hervorzuheben ist die Zwei-Tassen-Funktion, der Milchaufschäumer für Cappuccino und die direkten Espresso-Wahl-Tasten. Mit dem Drehregler kann man zudem die Kaffeestärke einfach und schnell einstellen. Zweier Platz. Philips Series 5400 Kaffee-Vollautomat. Dieses Modell liegt auf Platz 2. Mit zwölf verschiedenen Kaffee-Spezialitäten und einem Latte-Go-Milch-System bietet der Philips Series 5400 eine große Auswahl an Möglichkeiten für Kaffee-Fans. Das intuitive Display und die vier Benutzerprofile ermöglichen eine schnelle, einfache und individuelle Bedienung. Dritter Platz. Krupps Essential Air 810-870 Kaffee-Vollautomat. Auf Platz 3 befindet sich der Krupps Essential, der besonders für seine schnelle Aufheizzeit, seinen verstellbaren Kaffee-Auslauf und sein Cappuccino-Plus-Milch-System bekannt ist. Seine Stärke liegt in der individuellen Einstellbarkeit und problemlosen Reinigung und Bedienung, wodurch er sich gut für den täglichen Gebrauch eignet. Vierter Platz. Philips Series 2200 Kaffee-Vollautomat. Auf Platz 4 rangiert der Philips Series 2200, der vor allem durch seine einfache Bedienung mittels Touch-Display und seinem klassischen Milchaufschäumer überzeugt. Trotz des letzten Platzes liefert dieser zeitgemäße und benutzerfreundliche Kaffee-Vollautomat hochwertigen und köstlichen Kaffee. Und das war unsere Zusammenfassung der vier Top-Kaffee-Vollautomaten auf dem Markt. Von preiswert bis premium, von schlicht bis spezialisiert. Wir haben für jeden Kaffee-Liebhaber etwas dabei. Ob du die Einfachheit des DeLonghi Magnifica bevorzugst, die Vielfalt des Philips Series 5400 suchst oder einfach nur einen guten, zuverlässigen Kaffee-Vollautomaten für den täglichen Gebrauch wie den Krups Essential brauchst, die Entscheidung liegt ganz bei dir. Denk dran, Kaffee ist nicht nur ein Getränk, sondern eine Lebensfreude. Mit dem richtigen Kaffee-Vollautomaten kannst du jeden Morgen auf der richtigen Note starten und deinen Tag zu etwas Besonderem machen. Wenn einer dieser fantastischen Kaffee-Vollautomaten dein Interesse geweckt hat, klicke auf den Link in der Videobeschreibung unten, um mehr Informationen zu erhalten oder deinen Kauf abzuschließen. Hast du Fragen oder Feedback? Dann hinterlasse uns bitte einen Kommentar. Wir freuen uns immer von dir zu hören. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du in Zukunft mehr über Kaffee, Maschinen und Technik erfahren möchtest, vergiss bitte nicht den Gefällt-mir-Button zu drücken und unseren Kanal zu abonnieren. Teile dieses Video auch gerne mit Freundinnen und Freunden, die ebenso Kaffee-Fans sind wie du. Bis zum nächsten Mal, bleib wach und genieße deinen Kaffee.